Du willst keine Storys mehr verpassen? Dann abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Das ist Reue. Edi, was hast du angestellt? Dir ist doch egal, ne? Du weißt, mit Mama zieren keine Späßchen. Nee. Mach das auch zum ersten Mal hier. Ich hab extra gesagt, lass die Finger davon. Du hast nichts gesagt. Er war ja nur am Quatschen. Du hast einfach schlecht geschlafen. Ey, es ist die meiste Zeit, von einer Stunde ist er nur ne 50 genug am Reden. Ja, ist doch egal. Nee, ist nicht egal. Du wirst von Stor werden auf der Kanzel und kannst sonst die Predigt haben. Aber du musst doch nicht immer ausrasten. Udo will sich rausreden. Nee, Udo will sich nicht rausreden. So, man muss auch mal zugeben, dass man mal einen Fehler gemacht hat. Du bist aber auch dabei, noch mehr Öl ins Feuer zu gießen. Ja, pass auf. Der ist schon noch 180. Man muss aber auch mal zugeben, dass man mal einen Fehler macht. Hör auf die Dich. Hör auf die Quatsche, ich kann dir nicht quatschen. Und jetzt kurz zu finden. Lass ein wenn Hemis einig ist. Und wir brauchen dann die Verbrechen. Dann auch mal die Ölschung. Danke, es ist echt gut. Dann haben wir es bei jemandem die Gefahr zurückgebezgt. Dann werden wir es bei jemandem die Gefahr zurückgebezgt. Dann kann man versuchen, wir einfach nur zu sehen.